Was tut aber jetzt das linke Machtkartell, um darauf zu reagieren? Ganz einfach, sie versuchen eben das zu verbieten, was sie bedroht. Sie versuchen praktisch die Partei, die immer stärker wird, rechtzeitig noch zu verbieten. Am Boden zerstören kann man sie nicht mehr, dafür ist die AfD ja schon vor allem im Osten viel zu groß. Mich wundert es, dass die allen ernstes glauben, diese 40 Abgeordneten im Bundestag, dass es dafür, selbst wenn es rechtlich dafür auch nur irgendeine Legitimation gäbe, was ja absolut von Verfassungsrechtlern, von Parteiexperten, von führenden öffentlichen Juristen als völlig abwegig bezeichnet wird, was völlig chancenlos ist, davon abgesehen, selbst wenn es diese Möglichkeit gäbe, die AfD tatsächlich in einem Verbotsverfahren noch niedrig zu halten, ist ja schon längst ein Punkt erreicht bei 33 Prozent der Bevölkerung, also im Osten zumindest mal beim Drittel der Bevölkerung an Zuspruch für diese Partei, bei der so etwas gar nicht mehr ohne zu erwartende Unruhen oder vielleicht sogar Abspaltungstendenzen durchsetzen kannst. Das wäre also mit Sicherheit der gravierendste Bruch in der politischen Kontinuität seit 1945, würde mit Sicherheit, wenn nicht zu Aufständen, dann zumindest wahrscheinlich zu Generalstreiks, zu riesengroßen Unruhen führen und du würdest das Problem damit natürlich überhaupt nicht aus der Welt schaffen. Vielen Dank.